Guck mal da, die zwei, die sind doch vom Landessuchenkonvent. Ja eben, die können wir gleich mal fragen, wie funktioniert denn euer Landessuchenkonvent? Das ist eigentlich ganz einfach, aber wie funktioniert eigentlich Landessuchen? Das können wir euch erklären. Da könnten wir uns doch vernetzen. Genau, dann lasst mal machen. Ja, wir sind ja immer klar. 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 Bis zum nächsten Mal.